das das ist das unter anderem es ist alleine es ist alleine ich habe mich gehört nicht übertrieben als er meinte er wird hartnäckig macht aber gar nichts ich werde die familie der brudels alle ehre machen euch ausmerzen das war der erste was wenn er uns erinnern und da war der größte lappen aller zeiten was er wissen dass jetzt was besseres davor das war der größte lappen vor allem nur zwei leben hat es ja auch immer mehr hüte als davor okay stimmt für dich das war trotzdem einfach auszuweichen also ja sag mir bitte dass du willst du diesmal drei leben hast wo es geht okay okay also kann mehr als auf Ort dort ist wird auch richtig durch er kann auch wieder mehr als davor aber ja auch nicht gut genug um mich zu besiegen oh mein Gott ich darf nichts sagen sonst passiert mir wirklich noch was wow what the fuck okay ich nehme alles zurück tja dann sehen wir dir deine Hüte aus wie es aussieht tschüss okay diesmal da wird es drei nehmen gehabt und war auch wirklich härter okay gut war eine gute Revanche auf jeden Fall und die anderen beiden was mit denen auch so er stimmt die haben schon ihre Revanche gehabt stimmt nur die beiden haben noch keine gehabt ja gut so kommt von der zu mit dem Brudels und jetzt und jetzt oh ne Abrechnung im Basis Festung und ne endlich am Haupthof erreicht ich will nicht dass das Spiel hier schon zu Ende ist will das nicht Löhnenentwickler ich habe mich so oft dass er aber ich schließe das ganze Jahr auf das Spiel gefreut jetzt können sie mir ein erstes nicht verraten dass es jetzt vorbei ist sieht aber sehr gut aus dass es jetzt vorbei ist und noch der Bowser fight und dann ist Ruhe oder was dann kommt nur noch der dann müssen wir nur noch die anderen äh so durch so mit den anderen Monden ach nee ey jetzt werfen sie ja noch die ganzen Münzen äh hier noch hier noch hinterher hier das hat aber immer noch zu wenige werfen wollt dann müsste schon mehr auspacken da so 3 so noch zu weniger fehlen noch verdammt viele da da ist noch einer weil ich muss immer da hoch da hinten war ja so ein Teil da müssen wir uns ranhalten da kommen wir in die Mitte da bestimmt das sagen wir mal Mond da oben da hinten so hinter Gittern gefunden da 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 Ich hab mal so einen Sonnenviecher. Was hier rein? Nee, kann er nicht. So, dann ist hier auch noch ein Mond. Im Graben versunkener Schatz. Das ist nur was. Hey, ich kann hier auch nicht viel sagen zu. Wirklich. Ich kann nur sagen, wir können hier zuschauen und sehen, ob es wirklich das Ende ist. Ich hoffe es nicht. Es wird für mich weiterentwickelt. Okay. Die ganzen Lampen abgeben. Unsere SavePoints noch einmal. Nochmal What the fuck Nochmal Okay, nochmal Was versucht um auf die gelber Kirov den zu schießen Oh, oh, pikschen Oh, oh, jetzt nicht gemacht oder egal Wir haben das neitor Tipp Oh, äh... Hi, was machst du hier? Ich irre nicht, ich irre hier schon lange allein über die Dächer ich habe mich wohl total verlaufen Ja in meinem ganzen Grunde habe ich aber diesen Mond gefunden so, ganz warm Danke Schön, dich zu sehen, Captain Todd Okay Gut Ich brauche dann den Typ hier Nee, runter Stop No fucking way Sag mal, du komm mal her So schnell mal das hier Geil Gut So schnell mal das hier Ja Danke So, das können wir jetzt mal ausprobieren, hier auf den Gäben Bereich zu pflichten Dauern, wie er da oben seht Das Problem ist, dass du nicht mehr auf Das Problem ist, dass du nicht mehr auf Und zack Also kann man auch besiegen Okay Cool Cool Man ist Ich klicke mal in Zidon Ich klicke mal in Zidon Nein 51 So 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 was mehr erwartet eigentlich man hat auch immer dauert auch die Arme an so ein scheiß hör doch auf damit wir haben er wir haben hier münchen 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 Münzen, 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 Münzen. Haben wir nicht langsam mal davon genug? Wir haben fast 6000. 1000. Ciao. Ja, was auch. judges. Musik Wie immer noch willst du mal diese Liedermünzen? Aber nicht so ein scheiß. Was ist da unten? Da unten muss man Sarm 1. Da unten ist der... Okay, da unten ist der Sarm 1. Da muss einfach nur so viel çaff. Aber mich interessiert es jetzt, ist das jetzt der M-Boss oder ist es hier wieder Zeitverschwendung hier? Das will ich jetzt wissen. Können wir sonst alles nachholen? Ah, wir sind noch zwei. Dafür was? Außer Applaus. Natürlich nicht. Ich gebe es dafür nichts anderes als ein Applaus. Und natürlich bräuchte ich das Vieh. Na toll, dafür gibt es bestimmt den Mond. Da ich mir wieder das Vieh können und ich bin wieder hier hoch. Stolzieren, geil. Komm her. So. Da ist es nicht so alt zu viel der Zeit in Anspruch. Da sind es sogar zwei. Hör auf damit. Hier ist ein Mond. Mit dem Schnabel vor das große Tor. Das ist ein Peach. Hier geht's zum Finale, oder was? Sieht so ein Part aus. Machen wir im nächsten Part. Ja, Machen wir im nächsten Part. Wenn ihr wirklich das Finale auf uns wartet, dann bin ich sehr enttäuscht, wirklich. Ich hätte gedacht, dass das Spiel wirklich länger ist. Was er hätte. Vielleicht ist ja wirklich hier nur alles. Fail und so. Mal schauen. Ja, wir werden sehen. Aber ja, wir fahren im nächsten Part mehr. Hilfe, wieder einschalten. Immer Super Mario Odyssey. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, Abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und ja, tschau.